Hier ist Tommy von www.volta-motor.biz und hier ist ein neuer Zugang in unserem Produktportfolio und zwar der Best-Ager Fold. Der Best-Ager Fold ist auf 6 kmh homologiert, das heißt du brauchst kein Versicherungskennzeichen für dieses Fahrzeug. Du kannst auf jedem Bürgersteig fahren, du kannst damit in jeden Laden fahren, auch wenn du einkaufen gehst. Also absolut fantastische Geschichte, um hier mobil zu bleiben, gerade wenn du älter bist oder wenn du gehandicapt bist. Ganz fantastisches Fahrzeug und wie der Name schon sagt, Fold heißt, das Fahrzeug ist faltbar, du kannst das auch auf jede Reise mitnehmen. Es wiegt nur 33 Kilo, also auch im Urlaub bleibst du mit diesem Fahrzeug flexibel und kannst dort deine kleinen Touren machen. Wir haben verbaut einen 32 Volt 15,6 Amperestunden Akku, Lithium-Ionen, auch in dieser Preisklasse ganz selten und fantastisch. Realistische Reichweite circa 40 Kilometer. Das Körbchen vorne ist mit dabei, das Körbchen hinten ist mit dabei und wie ihr seht, im hinteren Körbchen ist das Ladegerät, das natürlich auch im Lieferumfang beinhaltet. Wir haben das Fahrzeug in unterschiedlichen Farben vorrätig, ja, also alles ganz fantastische Argumente hier für diesen Best-Ager Fold. Wenn du jetzt dem Video ein Like gibst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir hier auf YouTube ein Abo dalässt, wäre das auch eine fantastische Geschichte. Solltest du weitere Fragen zu diesem Produkt haben, zum Best-Ager Fold oder zu anderen Produkten aus unserem Produktportfolio, gehst du auf www.volta-motor.bez. Dort findest du meine Kontaktdaten. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, Tommy.